wir lassen wieder die fäuste fliegen der arms global testpunch es geht wieder weiter und wir starten gleich durch wenigen als erstes twin teller und ja mal schauen wie es diesmal so wird wieder mit bewegungssteuerung am start und ja jetzt warten wir erstmal ein walchen und ja ich glaube ich weiß einfach raus schneiden ich glaube das wäre etwas besser let's go ich nehme da meine kombination wobei donner schwinge vielleicht mal habe ich doch gar nicht ausprobiert ja lassen wir dabei und jetzt wird auf jeden fall ist mein bestes geben und da haben wir schon wieder ein der gleich als erstes greift da schon wieder ja genau das meine ich es wird nur gegriffen genau das hat sich das so belastend ja genau das ist doch scheiße echt mal also wer die ganze zeit nur greift ist einfach nur richtig behindert also das ist einfach nur reudig da kommen wenigstens ein bisschen schaden will er kann ja auch mal was anderes außer ständig mich nur zu greifen alter das ist doch das ist auch zum kotzen echt mal er hat echt kein hobby ne ja und dann mich auch noch so richtig blubig vernichten erst die ganze zeit nur greifen und dann so ein scheiß also echt mal das sind solche ich will jetzt nicht sagen aber nee kein kommentar aber naja geht ja viele leute bei sowas ist echt freudig machen wir mal mit mechaniker weiter finde ich eigentlich sogar sehr gut hier mal wieder minispiele am start aber ich würde ja mal gerne mal basket beim erzeugen da hätte ich keine bock drauf weil das habe ich ja auch noch gesehen in der lobby das ist dann auch noch verfügbar war und das ist eigentlich jetzt gar nicht so wichtig mache einfach zweimal elektromatik abends und passt schon so auf jeden fall habe ich das schon beim letzten paar der schon erklärt auf jeden fall ist so viele scheiben wie möglich treffen da gibt es meistens immer so zehn punkte oder so immer wieder kommt darauf an wie viele man auf einmal macht oder so dann habe ich glaube auch so eine kleine kombo man kann auch noch den gegner etwas paralysieren für kurze zeit nenne ich es jetzt mal so ja genau bei sowas ja jetzt wollte ich wieder überholt da haben wir schauen vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie hin ach ich habe dort den wir dort dafür gerade im vorteil ein bisschen naja das schwankt immer nähe jetzt eigentlich wieder nicht mehr na verdammt naja gut egal wenig sein bestes gegeben anders ist mehr ob sie mehr beziehungsweise mehr ist nicht drin ja mal schauen ob das vielleicht etwas besser abläuft wie beim letzten mal ja ohne wort einfach nur aber ok nächsten fight ja ich wollte sowieso bei mei mechaniker bleiben erstmal so für die nächsten 1 2 matches aber ich kann mit diesem jumbo haben wir nicht umgehen aber ich werde es mal so mal dabei belassen ja jumbo hammer und suche mal schauen ob das was wird wird sowieso nichts aber ein versuch ist ja wert und schon wieder einer der wir da gleich greift ist doch wunderschön ne genau genau fühl dich cool jetzt bin ich dran ja genau ne nur graben die leute können nur graben weil sie nichts anderes ja genau ja wahrscheinlich alles klar man ja und dann auch noch so scheiße blocken so jetzt mache ich es genauso jetzt ist mir das auch scheißegal so was die können kann ich schon lange ja pfeifen junge so wird mal zeit das war würde gewinnen ich mache nur diese paar bewegungen weil die gesagt ich mache mit bewegungssteuerung und mir ist jetzt schon so scheiße warum wir uns für 10.000 grad ach es ist schlimm aber uns kann man es überhaupt nicht recht machen es zu warm es zu kalt dabei gut egal so normal mit denen eigentlich ganz so viel ach ja sehr gut egal äh man man es jetzt recht nur auf leute die nun wir haben so das gefühl okay ich mache es zwar auch aber nicht so häufig hier kommt meistens noch mal drauf an wie ich will jetzt reicht es mich habe meine spätigkeit voll ist mir egal ob ich das jetzt geht wenigstens schade genau alles klar aber egal ich mache jetzt einfach so wie ich will mal verdammt mal verdammt geht es gleich k.o. geht es gleich k.o. geht es gleich k.o. ja gut wir haben beide noch ein bisschen k.p am start ja er muss vernichtet werden komm perfekt wenn ich und mein Teamkollegen das nicht mehr gepackt haben das wäre richtig peinlich gewesen aber so richtig aber gut wir haben es geschafft und ja dieser sieg sei uns an dieser stelle definitiv gegönnt Teamkampf und diesmal in einer anderen Farbe wo ich aber nicht selber gedrückt habe sondern es kam zufällig äh ja was nehme ich was nehme ich ja ich nehme einfach die kombination das war es Donnerschlag und ich weiß gerade nicht genau zweimal dieselben oh das wird heftig das wird heftig da kann der eine sich halt nur aufladen und der andere ja keine ahnung okay doch nicht ich hätte gedacht das war der übelste scheißablauf aber wahrscheinlich doch nicht okay entweder waren die gegner schlecht oder wir haben uns sehr gut angestellt ja 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 das wird ein bisschen schwierig ich diesmal mit knaller und ab höhere mond heißen sie na bleib ich dabei aber nur bei den linken arms ist ein knaller dabei mal schauen let's go oh ist ja bei dem ich glaube es ist ein bisschen schwer der hat einmal ähm man auf jeden fall dann ist es sind das genau die gleiche aber die heißen anders gibt einer ist ein Donnerwall die lilanen hier ach man wie hieß die meine ähm Megawatt oder so nee irgendwas nicht nee Megatonne genau ich bin schon weiter gleich kapastiker oh was soll denn das scheiß ja da schaffen wir das gar nicht ey da schaffen wir das überhaupt nicht will man meine Spätsame auffüllen ey das darf doch nicht wahr sein aber ich muss dafür zugestehen der Soundtrack ist ganz coole müssen wir da gestorben ja okay gut das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht nee nee alter wir verpaulisten der ey also ich will nicht wissen weil wenn dann die vollversion rauskommt oder so vielleicht ist es dann entweder so mal random dabei oder vielleicht dann zum keine ahnung weil es geht dann noch sowas wie ein Grand Prix da bin ich mal gespannt wie das dann aufgebaut ist vielleicht war das dann wie so eine Art Mini-Boss oder so wahrscheinlich weil wie gesagt er hat eine andere sind das Soundtrack zu daher würde ich jetzt mal so sagen ja er steckt eigentlich dahinter es sind eigentlich immer unterschiedliche Charaktere ne habe es jetzt nicht so richtig sich sehen können egal ja die dreiste blick der dreiste blick komm bitte die letzte runde mit den webern girl dann ja manchmal zweimal donnerschlag so mal schauen was du drauf hast ich darf halt nicht die ganze zeit fehlen weil das war sonst richtig richtig billig ja das das war halt doof ausgemischen na komm ja alle beide getroffen toll das muss auch noch nicht wahr sein ey ja dann wird nochmal gegriffen genau Timing ausgenutzt ne und dann nochmal ja wahrscheinlich ja genau alles klar ja sorry dass ich jetzt ein bisschen ein bisschen scheiß angehört hat ich merke es gerade am Pegel Maximum ausgenutzt aber ah mann ich hasse einfach solche Leute die die ganze Zeit nur grappen das ist ah mann ja da benutze ich bleibe ich bei der Megatone aber wechsel beim rechten zum Firematic über so mal schauen was du so kannst Kampfboost bereit ja wollt grappen aber dafür macht es ich meh hast du was so gedacht mein Freundchen ok jetzt hast du es versucht und es hat sogar geklappt aber jetzt kannst du es vergessen hallo ist ja gut kannst du auch nur grappen oder was meine Güte ich stupt gelernt man ich kipp das mal aufs Maul die Hälfte hält da hast du schon kassiert ach doch noch funktioniert na verdammt man und und äh äh betrug ok doch jetzt ich dachte jetzt schon ey so ich hopp gefiekt ja kann gerne so weiterlaufen perfekt ah ich glaube das geht jetzt schon langsam Richtung Rage über ich merke es schon gerade naja gut egal geil diesmal mit eigentlich egal was was bringt eigentlich oder ich mache einfach so so aber eigentlich ist es hier leichtes Prinzip was mich dann halt immer da nur ein bisschen ankotzt oder so dass man vom Gegner getroffen wird und dann halt kurze Zeit naja sowas wie paralysiertes oder halt ähnliches also halt auch bewegungsunfähig kann man glaube auch noch sagen ich glaube das trifft auch eher zu na gut na gut aber für uns läuft es gerade sogar ziemlich gut ist der eine Spieler AFK oder warum macht der nichts oder so haha what the hell ja also es war auf jeden Fall leichtes Spielchen hat noch gut Glück dass der eine wahrscheinlich AFK war definitiv boah GG definitiv haha leichtes Spielchen doch ein AFK Spieler gewonnen nice job haha geil dann schon in der Vollversion herausfinden so zeig mal Megatonner let's go Kampfposition einnehmen ja 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 dann mach ich das genauso kann ich wenigstens heilen dann wollt auch greifen aber da bin ich ihnen zuvor gekommen jetzt erstmal hier um da ist ein paar Schläger kassieren aber irgendwie doch nicht dann grab ich halt ja genau wenn das auch vor hat mach ichs ne als ja der will nur blocken ne dafür greife ich halt das ist das das ist mir auch egal ne bei sowas lohnt sich das denn wenigstens wenn meistens dann nur geblockt wird und man nicht richtig schlagen kann also schlagen schon aber macht keinen Schaden oder sonst noch was dann kann man ruhig greifen also dann ist es dann halt auch einfach so easy fight es geht direkt weiter diesmal hat level 3 und er hat mechaniker in ihm drinne wenn man das so sagen kann ja megatonner und feuersegler und jo mal schauen so level 3 also wenn wir es nicht schaffen dann wäre das jetzt richtig bitter aber viele dinge hier am start einmal von der von der minmin hier sogar dreimal 3 ja doch dreimal 2 einmal von twin teller und einmal von mechaniker ne von minmin ich bin ne komplett durch na komm darf doch jetzt nicht so schwer sein mein gott wir hatten ein bisschen hier mal normal so zuschlagen um meine leiste voll zu kriegen perfekt so ich bin direkt nah ah jetzt hat er kassiert jetzt hat er kassiert mein freundchen jetzt wirst du drauf gehen und du bist fällig also sorge wenn das ab und zu mal ein bisschen laut wird weil ich schaue meistens dann auch nur auf die leiste ich erreiche schon meistens das maximum und das ist nicht gut weiter geht's weiter geht's eine 101 gegen twin teller und ich nehme toaster und trident ne ich habe die kombination noch gar nicht genommen also bummerang und trident wir schauen ob es was wird und ja let's go einfach mal das glück entscheiden ja jetzt werden wir da gegriffen ne ja 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 ey komm das ist scheiß echt ja ja bin ich mal zuvor gekommen ne da griffen ja mein deutsch zackt gerade ja jetzt ist aber mal gut man jetzt werde ich das genauso machen das ist das ist mir scheißegal wenn er denkt also dass ich nur grab dann hat er sich geschnitten ok jetzt habe ich von der bombe kassiert das war jetzt nicht so geil ich hoffe zu graben aber ja komm ihr wahrscheinlich man ey schön zeit ich habe schon darauf gewartet perfekt bleibe ich aber bei den normalen also zweimal toaster so bin mal gespannt wie das jetzt so richtig abläuft hier warte mal hä warte mal warte mal wir können uns zwar gegenseitig angreifen aber wann kommt denn dann der basketball oder ah ne man muss den man muss den gegner da so rein steuern oder was also kommt kein basketball so ähnlich wie bei volleball sondern ach so ok lol ok wahrscheinlich nein das darf nicht wahr sein ne ja komm wenigstens bekommt man dafür kein schad ja als ob der getroffen hat jetzt lass mich doch auch mal meine güte man das pisst mich gerade voll ja genau wahrscheinlich ach komm ne das ist so eine scheiße wow ich habe wenigstens zwei punkte ach komm ich verpiss ne viel wenigstens noch das schlusswort weil das wäre sonst richtig dich nicht so sozial ja komm weg 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 damit weg damit egal ok da würde ich sagen machen wir schluss teilweise rage war dabei es hat mich trotzdem mal wieder richtig hart angekotzt aber wenn es euch trotzdem gefallen hat könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben wenn ihr wollt könnt ihr mich auch gerne abonnieren und ja twitter und instagram hab ich wenn ihr wollt könnt ihr da mal mich folgen wenn ihr wollt geiles deutsch also es sagt bei mir gerade so richtig ich bin komplett dorf vielleicht liegt es auch in der Lärme keine Ahnung aber um das schlusswort weiter zu machen würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschau leute machts gut bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.